Musik Als Achtjähriger begann er 1948 beim SV Osterfeld 06 mit dem Fußballspielen. 1960 wechselte er dann zu Rot-Weiß Oberhausen und schließlich 1965 zu Hannover 96. Er gilt bei vielen als bester Spieler, den Hannover 96 jemals hatte. Bis 1974 bestritt er für die Roten 278 Bundesligaspiele, in denen er 72 Tore schoss. Im Alter von 83 Jahren ist er immer noch großer Fußballfan und auch Fan von Hannover 96. Und heute mein Gast im 0511 Sommerinterview. Hans Siemensmeier, hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, grüßen Sie. Ich habe es gerade angekündigt, Hannover 96 verfolgen Sie immer noch. Wie intensiv machen Sie das? Ja, ich schaue mir die Spiele immer im Fernsehen an, wenn es geht. Es geht nicht immer. Ich habe in dieser Saison eines der besten Spiele wohl gegen Osnabrück beim 7 zu 0 nicht gesehen. Schade, das bedauere ich, aber ich war verhindert. Ich habe aber das Spiel in Hamburg gesehen, was mir sehr gut gefallen hat. 4 zu 3 hat Hannover da gewonnen in der Rekunde. Im Februar war das, ne? In Hamburg, ja. Da haben sie echt mal gut gespielt und das hat mir auch super gefallen. In der 1. Bundesliga ist Hannover ja nun schon seit ein paar Jahren nicht mehr vertreten. Hannover spielt jetzt in der 2. Fußball-Bundesliga. Wie verfolgen und bewerten Sie denn die Entwicklung momentan von Hannover? Haben Sie Hoffnung, dass es bald wieder hochgehen könnte oder wie sehen Sie das? Im Moment sehe ich kein Weiterkommen. Ich sehe auch keine Entwicklung, denn die Mannschaft stagniert eigentlich. Wir haben Spieler in der Mannschaft, die eigentlich nicht für den Aufstieg fähig sind. Und da müsste man jetzt in der neuen Saison wirklich mal richtig eingreifen und auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Denn ohne Geld sieht man ja in anderen Vereinen geht es nicht. Stimmt. Kommen wir nochmal mehr zu Ihnen. 1967 wurden Sie vom damaligen Bundestrainer Helmut Schön für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufen. Wie haben Sie von der Nominierung erfahren? War das damals per Telefon oder wie haben Sie da erfahren? Ja, per Telefon. Er hat mich angerufen. Das heißt er nicht, sondern die Geschäftsstelle hatte mich angerufen und mir gesagt, dass ich für das Länderspiel gegen Frankreich berufen werde. War natürlich für mich wie ein Lottogewinn. Ja, was genau geht einem da durch den Kopf? Ich meine, ich habe auch lange Fußball gespielt. Gänsehaut pur. Ja. Und in jedem Moment lief mir ein Schauer über den Rücken. Denn zu dem Zeitpunkt in der Nationalmannschaft zu spielen, das war wirklich ein Glücksgefühl. Und man konnte ja zu der Zeit auch mehrere gute Nationalmannschaften gründen oder bilden. Zum Beispiel beim ersten Länderspiel haben Günter Netzer, Berti Vogts und Gerd Müller, diese Torlegende, auf der Bank gesessen. Und ich habe gespielt. Das war für mich ein unheimliches Glücksgefühl. Aber ich muss vielleicht noch mal etwas weiter ausholen. In der Vorbereitungszeit auf die Saison 67 hatten wir zwei Inter-Toto-Spiele gegen Lok Leipzig. Das erste Spiel in Hannover im Einredestadion gewannen wir 2-1. Ich habe beide Tore geschossen. Das Rückspiel in Leipzig gewannen wir ebenfalls 2-1. Und ich habe auch beide Tore geschossen. Und ich glaube, da ist auch der Helmut Schön schon etwas auf mich aufmerksam geworden. Dann kamen noch zwei Spiele in Frankreich hinzu. Wir spielten einmal gegen den FC Nantes. Mit Hannover 96. Mit Hannover 96. Da spielten wir 3-3. Da habe ich alle drei Tore geschossen. Ich spielte gegen einen Gegenspieler, der hieß Jacques Simon. Diesen Jacques Simon habe ich dann etwa vier Wochen später wiedergespielt, weil wir dann in Rouen, in der Partnerstadt von Hannover, gegen die französische Nationalmannschaft gespielt haben. Und da haben wir 3-3 gespielt. Und da habe ich wieder alle drei Tore geschossen. Der damalige Trainer war Just Fontaine. Just Fontaine war der Torschützenkönig bei der Fußball-Weltmannschaft 1958 in Schweden. Nach dem Spiel hat er persönlich nicht, aber über einen Mittelsmann versucht, mit mir zu reden. Und das Gespräch kam auch zustande. Dieser Just Fontaine wollte mich sofort in Frankreich behalten und wollte mich für die französische Nationalmannschaft nominieren. Ich habe aber abgesagt, weil ich halt Deutscher bin. Und dann kam ihm der Anruf in der Runde. Dann kam die Einladung. Am 27. September 1967 war das erste Länderspiel. Das war Mittwoch. Und Sonnabends davor haben wir gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Und da hatte ich mich schwer verletzt. Was haben Sie gehabt? Ich habe eine Prellung auf dem Fußspann gehabt. Und ich wollte absagen. Nach der Einladung wollte ich das Spiel absagen. Aber meine Frau hat mich überredet und hat zu mir gesagt, wenn du diese Einladung absagst, ist deine Länderspielkarriere beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Also haben Sie Ihrer Frau zu verdanken am Ende, dass sie in der Nationalmannschaft gespielt hat? Ja, so in etwa kann man das sagen. Dann bin ich nach Berlin gefahren oder geflogen. Und damals war ja so ein Problem, weil die Zone noch da war, die DDR. Und dann habe ich mich sofort mit dem damaligen Masseur Herrn Deusser in Verbindung gesetzt und habe ihm das alles erklärt, ohne dass der Helmut Schön etwas davon gemerkt hat. Und der Herr Deusser hat mich behandelt wie verrückt. Jede freie Minute war er bei mir und hat mich behandelt mit Massagen und mit Packungen und mit allem möglichen Kram. Aber das war also im Rahmen der Vorbereitung auf das Spiel gegen Frankreich? Also Helmut Schön? Sonntags hatten wir uns getroffen und dann bin ich sofort zu ihm hin und dann hat er mich behandelt wie verrückt. Und hat auch dann bis Mittwoch, obwohl ich erst am Dienstag erfahren habe, dass ich spiele, und dann bis Mittwoch hat er mich weiterhin behandelt. Und im Training habe ich immer versucht, das so ein bisschen zu kaschieren, den rechten Fuß. Aber es ging nicht immer. Und dann hat mich der Herr schön angesprochen, was ich habe. Ja, ich sage, ich habe eine kleine Blessur, aber das ist nicht so wichtig, das behindert mich nicht. Und dann habe ich am Mittwoch die Nachricht erhalten, am Dienstagmorgen in der Sportschule Wannsee in Berlin, dass ich zur Mannschaft gehöre, dass ich spielen werde. Das erste Spiel war dann gegen Frankreich, da sind ja auch gleich dann zwei Tore gelungen. Die war wieder gegen Frankreich und wieder gegen Jacques Simon und wieder zwei Tore geschossen beim 5 zu 1. Sensationell. Deutschland hat das erste Mal seit 30 Jahren wieder gegen Frankreich gewonnen. Für mich war das, ich kann sagen, wie ein Lottogewinn. Denn wenn man bedenkt, dass drei etablierte Nationalspieler auf der Bank saßen. Die Mannschaft, die gespielt hat, aus dem Kader waren noch sechs Mann dabei, die ein Jahr zuvor in Wimbley das Endspiel bestritten hatten. Wer war das? Ich kann die Mannschaftenausstellung ja nennen, die weiß ich heute noch aus dem Kopf. Auf jeden Fall, natürlich, wo wir hören. Im Tor Sepp Mayer, in der Verteidigung Bernd Patzke rechts, in der Mitte Wolfgang Weber, Willi Schulz und auf links Horst-Dieter Höttges. Im Mittelfeld Hans-Siemensmeier, Wolfgang Overrath und Franz Beckenbauer, Wolfgang Overrath. Und im Sturm war Reinhard Libuda, Uwe Seele und Hannes Löhr. Uwe Seele, Franz Beckenbauer sind ja absolute Größen. Und wie war der Umgang mit den anderen Spielern? Ich meine, Sie wurden zum ersten Mal nominiert. Wurden Sie mit offenen Armen empfangen oder war damals großer Konkurrenzkampf? Ja, der Konkurrenzkampf war schon da. Und mit offenen Armen wurde ich natürlich nicht empfangen, aber ich wurde freundlich begrüßt, weil ich ja auch für alle Spieler auf dieser Position eine Konkurrenz war. Und Uwe Seele hat dann am Spieltag zu mir gesagt, Hans, du kannst nichts falsch machen, spiel so, wie du in deinem Verein spielst, dann machst du alles richtig. Dann wirst du auch erfolgreich sein. Und das habe ich versucht und es ist mir auch gelungen. Offensichtlich mit zwei Toren gegen Frankreich, das ist natürlich ein absolut gelungenes, die Bühnen gelungen. Aber wenn ich im Nachhinein noch sagen darf, gegen diesen Spieler, Jacques Simon, habe ich insgesamt acht Tore geschossen. In drei Spielen. Wahnsinn. Er hat wahrscheinlich danach keinen Kontakt mehr zu Ihnen gesucht. Nein, ich habe auch nie mehr etwas von ihm gehört. Ja, das glaube ich, ja. Es gab ja zu dieser Zeit, wo Sie in der Nationalmannschaft gespielt haben, auch einigen Druck in der Nationalmannschaft. Immerhin stand ja die Qualifikation für die EM 1968 in Italien an, was am Ende nicht geklappt hat. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich nicht für die EM in Italien damals qualifiziert. Hat man damals schon irgendwie diesen Druck in der Mannschaft gespürt? Ja, ja, wir spielten ja dann das Qualifikationsspiel gegen Jugoslawien in Hamburg. Da habe ich übrigens in Malente mit Franz Beckenbauer ein Zimmer geteilt. Ja, doch, mit Franz Beckenbauer. Mit Franz Beckenbauer ein Zimmer geteilt? Mit Franz Beckenbauer das Zimmer geteilt. Wie kann man sich das vorstellen, sich mit Franz Beckenbauer ein Zimmer zu teilen? Ja, wir haben zusammen in einem Zimmer gewohnt. So muss man sich das vorstellen. Wir haben viel miteinander geredet, auch über Fußball, auch über private Dinge. Aber damals war er auch noch ein ganz junger Bursche. 1967, ich weiß nicht wie alt er da war, ich glaube 22 oder 23. War auch noch sehr jung. Ja, er hat auch noch nicht so viele Länderspiele damals gemacht. Nein, 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 nein. Er war auch noch einer von vielen, sage ich mal. Obwohl er bei der WM in England Großartiges geleistet hatte. Aber trotzdem hat er sich mir gegenüber fantastisch benommen. Ich muss sagen, ich war hellauf begeistert. Und Franz Beckenbauer hat eben so ähnlich wie Uwe Seeler gesprochen, Hans, spielt so wie in deinem Verein, dann machst du nichts falsch. Das hat er auch zu mir gesagt und das habe ich auch in Hamburg gemacht. Aber in Hamburg hatte ich eine andere Rolle. Da habe ich im defensiven Mittelfeld gespielt gegen einen Spieler, der hieß Osim. Also ein Linksfüßler, das war also ein Riesenfußballer. Wer war die gegendurchsische Mannschaft dann? Jugoslawien. Und Osim war der überragende Mann in der Mannschaft. Und Helmut Schön hat zu mir gesagt, versuche ihn zu decken, versuche ihn zu neutralisieren. Und das habe ich, ich glaube, mit Erfolg gemacht. Wie ist das Spiel ausgegangen? Das Spiel haben wir 3-1 gewonnen gegen Jugoslawien. Aber da ist Ihnen diesmal kein Tor gelungen? Nein, ich habe kein Tor geschossen. Ich glaube, Gerd Müller hat eins gemacht. Wir mussten umstellen, weil Franz Beckenbauer sich im Länderspiel gegen Frankreich verletzt hatte. Und für ihn kam dann Bulle Rot in die Mannschaft. Und Gerd Müller spielte von Anfang an. Und wir haben dann mit einer Doppelspitze gespielt. Und der Bulle Rot war so ein Verkappter rechts außen, der sich aber sehr weit ins Mittelfeld zurückgezogen hat. Aber ich will nochmal auf den Druck zurückkommen. Wie gesagt, es stand ja eigentlich auch kurz, es stand ja die Qualifikation zur EM 1968 in Italien an. Wie ist denn die Mannschaft mit dem Druck umgegangen? Hat man diesen Druck gespürt? Nein, überhaupt nicht. Den hat man nicht gespürt? Also es konnten alle befreit aufspielen? Ja, war ja erst noch alles möglich für uns. Wir hatten davor noch ein Spiel in Rumänien, das wir 1-0 verloren hatten. Und Anfang Dezember fand dann das EM-Qualifikationsspiel in Albanien statt. Da wurde ich nicht mehr nominiert. Da hat der Helmut Schön wahrscheinlich auch einen Fehler gemacht. Er hat die Etablierten, die in den beiden Spielen vorher aufgelaufen sind, nicht nominiert. Unter anderem auch Uwe Seeler. Und dann hat er mich nicht nominiert. Ich will nicht damit sagen, wenn ich gespielt hätte, hätten wir das Spiel gewonnen. Das Spiel endete 0-0. Und damit hatten wir die Qualifikation verpasst. Hatten Sie eigentlich noch auch nach Ihrer aktiven Zeit in der Nationalmannschaft Kontakt zu den anderen Spielern? Wir haben uns immer noch während der Spiele gesehen. Wir haben auch miteinander geredet, aber so privaten Kontakt hatte ich nicht mehr. Und zu Helmut Schön? Auch nicht mehr. Auch nicht mehr? Nein, der hat sich nach dem letzten Länderspiel gegen Rumänien nicht einmal bei mir gemeldet. Was ich übrigens sehr schade fand. Ja, das glaube ich. Ich war ein bisschen enttäuscht. Denn ich habe auch in den Spielen danach bei Hannover 96 nicht mehr so gut gespielt, dass ich vielleicht eine Nominierung hätte verdient gehabt. Aber trotzdem hätte man sich mal mit mir in Verbindung setzen können und sagen sollen, aus welchen Gründen ich nicht mehr nominiert werde. Dennoch können Sie ja auf eine sehr große und beeindruckende Karriere zurückblicken und sind vor allem immer noch vielen Leuten in Hannover sehr bekannt. Wir haben ja auch einige jüngere ZuschauerInnen. Was braucht man in jungen Jahren, um Fußballprofi zu werden? Ja, das ist schwierig zu sagen. Erstmal Talent, das ist wichtig. Und dann Ehrgeiz. Und man darf sich aber nicht auf seinem Talent ausruhen, sondern muss versuchen, immer wieder seine Stärken zu verbessern und an den Schwächen zu arbeiten. Das war immer mein Leitspruch. Ich hatte aber noch einen anderen Leitspruch. Den kann ich auch noch mal anbringen. Vielleicht für die jungen Spieler heute etwas ganz Besonderes. 1964 hatte ich mal Kontakt zu Max Merkel. Max Merkel trainierte damals München 60. Und München 60 war an mich interessiert. haben mich interessiert und der VfB Stuttgart ebenfalls und MSV Duisburg. Und ich bin nach München gefahren und hatte ein tolles Gespräch mit Max Merkel. Unter anderem hat er zu mir gesagt, Hans, diesen Spruch musst du dir mal merken. Jeder Spieler hat das Recht, schlecht zu spielen. Aber kein Spieler darf die Frechheit besitzen, nicht zu kämpfen. Und diesen Wahlspruch habe ich mir zu Herzen genommen. In meiner ganzen Laufbahn. Haben Sie diesen Spruch oder dieses Motto auch mitgenommen? Sie waren ja in der Kurzzeit sogar Trainer. Auch von Hannover 96 sogar. 1988, 1989 haben Sie 14 Spiele lang die Profimannschaft von Hannover 96 trainiert. Ja, das war vielleicht mein größter Fehler. Wieso? Ja, es war sehr schwierig mit der Mannschaft umzugehen. Denn innerhalb der Mannschaft waren viele kleine Grüppchen, die eigentlich gegeneinander gespielt haben. Und trotzdem hatte ich Erfolg, als ich aufgehört habe. Da war die Mannschaft auf dem 15. Tabellenplatz, ich glaube zwei oder drei Punkte vom 16. Relegationsplatz entfernt. Und als dann der neue Trainer Reinhard Saftig kam, der hat, glaube ich, nur einen Punkt geholt. Und dann sind sie zang und klanglos abgestiegen. Dann hat er aber bei 96 aufgehört, ist zum VfL Bochum gegangen und hat noch drei wichtige Spieler mitgenommen. Das war sehr enttäuschend für mich. Aber der Verein wollte es nicht anders. Der Verein hat mit mir einen Vertrag ausgehandelt. In dem Vertrag stand drin, wenn ein neuer Trainer gefunden wird, dass ich dann sofort meine Tätigkeit beende. So ist es auch passiert im März 1989. Und damit war die Trainerkarriere auch vorbei, glaube ich, oder? Nein, ich habe dann noch weiter die A-Jugend trainiert, bis zum Jahre 1991. Ja, zuvor war ich nach meiner aktiven Zeit, 1974 habe ich aufgehört. Da war ich zehn Jahre Trainer in Havelse. Mit dem Abstieg von Hannover 96 damals, ne? Richtig, ja. Da war ich zehn Jahre Trainer beim TSV Havelse. Und sehr erfolgreich. Wir sind von der Bezirksliga in sieben Jahren fünfmal aufgestiegen. Da spielten wir in der höchsten Amateurklasse. Das war die Oberliga Nord, die heutige dritte Liga. Und wir haben uns sehr gut gehalten, sehr gut verkauft. Und um ein Haar haben wir die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga verpasst. Herr Siemens-Meyer, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat wirklich Spaß gemacht. Bitte schön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017